hallo herzlich willkommen zu einer weiteren folge von politik der komite 3 wir haben wir geld auf dem konto schalen wir noch mal was ein würde ich sagen würde mich sehr über ein gespräch freuen ja mal wen wählen sie die grünen das ist nicht schneller das ist wahrscheinlich das einzige spiel wo sich nichts ändert ihr habt ihn ja schon getestet und deswegen gibt es auch bald ein paar neue let's place und alt werden warte ja bitte ich hätte gern zwei millionen eingezahlt super auf dem world-play-parlament mckelis kanal werden wahrscheinlich wieder videos kommen sowie auch auf dem mapping kanal nein müssen gegen die regierung sein gegen die regierung ist immer gut kontogebühren so viel sollte jetzt aber nicht so viel geld oder ich spiele so alt da gab es so viel gebühren nicht stark sind wir noch mal im bundestag das ist jetzt schon ich habe gesehen ob es durch das jahr 19 lehrter tolles update ich kann nichts mehr erkennt komplett aber weil man zum schwarzen hintergrund kann man bestimmt irgendwo umstellen aber eigentlich ist es so ganz nett sind nicht drin nicht schade berlin in zwölf wochen linke piraten ist am realistisch super einmal die spd nicht ganz so schlimm ich glaube ich kann hier mal ich bin hier mal so Längern versprechen sie an und machen sie nicht so der Elatron Na ne wir hatten jetzt mal Elatron, jetzt kann man wieder die Frau Fug bleiben, Frau Essen bleiben übrigens das Bannerrecht wieder eingefügt dafür gibt es halt links dieses seltsame Dienste mein Kanal war da Na, jetzt bin ich rausgeklickt, so Perfekto Supergau Kann ja mal passieren Tja, wie schade aber auch Wenn dann falls in 19 Wochen Karte und wir machen mal Radio gehen wir halt mal ein bisschen das Bier so die Schlips Nun ja, auf die ist nicht drin Das ist ja schade aber auch Oh! Drin! Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet Ich Also da ist jetzt kein Spaß damit Vielleicht wegen dem Supergau Vielleicht wegen dem Supergau Vielleicht 15 Wochen Ja, wir verhandeln mit Wir verhandeln mit allen außer dem Piraten Das tun wir Nur im Bund würden wir mit dem Piraten koalieren Wir haben kein Geld Also ja Wir haben kein Geld Weil sie überhaupt fragt, wir haben kein Geld Rheinland-Pfalz Wir haben kein Geld Rheinland-Pfalz sind die nächsten Wahlen Ngo Albach hat die entweder verlassen Und, und? Wir müssen Piraten noch aufhören Irgendwie geht's auch hier schneller Gefühlt zumindest Ähm, na, wo wir mal 64 sagen Es sollte jetzt übrigens kein Video mehr ansatzweise aufhören Ach! Hoffe ich mal Hoffe ich mal Mit neuen PC kann ich einige längst versprochen Let's Plays mal Machen Ich wollte dir schon mal auf meinem Server linken Das werde ich jetzt auch kürzer Deswegen nutzt gerne den Link unter dem Video Um auf meinen Discord zu kommen Hab doch, ne War nicht ganz vollständig war Ja Als jemand fragt, wir haben kein Geld Wir haben kein Geld Mit den Piraten Isabel Wulffs Piraten sind eine Qual Ich kann nichts anderes mehr sagen Jede Chance Vollpfosten loswerden Wie lange Wie lange Wie viel kostet das ja auch Haben wir mal machen Inhalten Inhalten Naja Wir haben kein Geld Was jemand Als jemand War Ich muss das jetzt die ganze Zeit Im Video so formulieren Damit das im Titel passt Wir haben kein Geld Was niemand fragt Ansprechender Mh Mh Ich will ja kein Clickbait machen Das woanders umgesagt hat Darf ich es endlich Anders schreiben Ohne dass ich es einmal gesagt habe Okay das mache ich regelmäßig Man könnte mich fast als Clickbait König unter 1.000 bezeichnen Weil das bei mir nicht mal bemerkt Na doch Wenn man sich mal ein Video vollständig angucken Würde einem das wahrscheinlich jetzt auch gefallen Oh Das war ich gar nicht Mh 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 Wenn man auf mein Server kommen kann man übrigens auch meine Playlist sich angucken Und dann Mh 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 unprofessionell aus die tschesee flug helfen ja genau Hamburg bleiben bleiben welches nur die Werbung falls jemand fragt wir haben kein Geld wir haben kein Geld falls damit wurde die gesetzesänderung erfolgreich angenommen und der arme Tony Lemaier Hamburg haben wir wieder die Piraten bis sie mir jedes Geld wird diese wickelpakete loszuwerden und das ist mir selbst die Werke erbekannte werden falls jemand fragt wir haben kein Geld Skandal kann ja mal passieren dann müssen wir fast hier eine Mitgliederwerbekampagne quasi starten wohl fast weltweit sagen ist aber im Endeffekt doch nur Deutschlandwald 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 das ist Deutschlandwald so da stimmen wir dafür nein wir stimmen wir stimmen dagegen damit die Regierung weiterhin unbeliebt wird das ist die 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 das das ist viel für Atomkraft. Das ist noch besser folgt. Strategische gegen Atomkraft. Naja äh für Atomkraft. Eine Güte. Spd hat ein bisschen verloren. Was? Die Linke hat einmal. Einmal minus Linke bitte. Wieder ein Skandal. Wie häufig habe ich jetzt noch Skandale bitte? Sind sonst irgendwo in Bayern. Wollen wir mal sagen, die Folge ist lang genug, oder? Nur Bundeskanzler. Rainer Zufall, Frieder von Kümmel, Krümmel, Charlie von Astex und Ralf Kino. Toll. Ja. Mit der vorherigen ziemlich viel passiert. Hahaha. Hmhm. Vielen Dank. Tschüss.